Ei, 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 ei. Ja, dann lass doch mal Briefing starten, dann können wir gucken, was passiert ist. Ja, komm. So, Leute, willkommen zu einer neuen Woche hier auf Bonjwa. Welcome. Vermutlich der wildesten Woche, die je passiert ist. Für mich, ich weiß nicht, wie es für dich war. Für mich war es eigentlich eine normale Woche. Also war jetzt cool, aber jetzt nicht die wildeste. Also ich bin in die Woche gegangen nach dieser gefailten Nachtschichtwoche, weißt du? Ah, ja, ja. Und dann in die Woche rein, in die Rustwoche. Ja, gut, dann kann ich es verstehen. Das war schon, ich bin noch immer nicht richtig da. Ja, du bist ja auch ein bisschen härter ausgerastet als ich. Ja, ich bin komplett ausgerastet. Wie viele Stunden hast du in Rust? Kannst du das gucken? Warte mal, ich logge mich mal kurz bei Steam ein. Ja, das würde mich interessieren. Weil ich habe, glaube ich, zweimal Offstream gespielt. Ich habe eigentlich jeden Tag Offstream gespielt. Außer Samstag. Bup. Ich bin gespannt. Lass mich schätzen. Bup. Ich sage 70 Stunden. 70? Nee, das ist ja schon viel, oder? Hart. Das wäre sehr viel. 57,6. Okay. Das ist solide. Das ist gar nicht so viel, oder? Wie viele Stunden in der Woche? 168. Ja, aber wann hast du angefangen? Äh, Samstag. Ja, das geht eigentlich klar. Doch klar, oder? Warte mal, kann ich sehen, wie viel? Guck mal, bei Jens steht dran. 117,6 Stunden played recently. Ja. Was heißt recently? Das heißt in den letzten Wochen, Tagen, keine Ahnung. Und bei Turi steht dran, 82,8 Stunden recently. Ja gut, Turi ist ja auch die, wenn die ins Spiel reingeht, dann geht es ja richtig ab. Und bei Leon steht dran, 91,2 Stunden recently. Okay, die haben also ein bisschen mehr gespielt. Woll mal, lass mich mal jetzt auch mal gucken. Jetzt würde ich auch mal gucken. Leon hat ja komplett, ist ja komplett durchgedreht. Jens und Leon, die haben einfach nichts anderes gemacht, als Rust zu spielen. Ja, also es bedeutet die letzten 14 Tage bei Steam. Das heißt, die letzten zwei Wochen. Das ist aber schon krass viel. Warte mal, aber Leon hat doch gar nicht vor dem Server Rust gespielt, oder? Ja, Jens ja auch nicht viel. Der hat nur einen Server eingestellt. Das ist fast alles In-Game-Time, würde ich sagen. Aber Leon hat das denn noch in einer Woche gemacht? Ja, ja, Leon hat es in einer Woche dann gemacht wahrscheinlich. Alter, Leon, Junge, Junge, Junge. Ich habe letzte Woche, also 39 Stunden insgesamt Rust. So viel? Ich dachte nicht, dass du so viel hast. Aber 30 Stunden in der letzten Woche stand da. 30 Stunden, ja. Aber guck mal, das ist, warte. Ich habe Samstag, Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, fünf Tage gespielt und zweimal auf. Das heißt, sieben Tage insgesamt. Was ist 30 durch, ja, so vier Stunden ungefähr? Pro Tag. Nein, pro Spieltag. Pro Spieltag. Genau. Nicht pro Tag. Ich habe ein paar Tage ja aufgehabt. Das ist eigentlich gesunder Konsum, würde ich sagen. Ja, wenn man bedenkt, dass ich das meiste davon am Stream hatte. Ja. Ja. Solide. Ich würde sagen, ist okay. Ja. So, Leute, die Woche ist vorbei. Es fängt eine neue Woche an. Aber was ist eigentlich letzte Woche passiert? Oh, Melinda, komm her, komm her. Ich will dir was zeigen. Was, was, was? Okay, okay. Ich habe es hinbekommen, Strom zu verlegen. Guck mal, die Lampe. Oha, wie gut bist du denn? Hammer. Ich habe mich gefühlt wie ein Genie. Ich habe keinen Strom bei mir, weil ich zu dumm dafür bin. Wenn ich mal bei dir eine Stromleitung verlegen soll, sagt Bescheid, ne? Ich muss dann los, ne? Ich weiß nicht, ob er bei Leon überlegt, was er gerade sagt. Ich glaube, es ist so ein Mix. Ach, nee. Oh, scheiße. Können wir uns gut hören? Ich weiß nicht, ob das Mikrofon zu laut war. Mann, ich habe, äh, Leute, ich habe einen Crush. Das ist echt krass. Ich bin, also seitdem ich mit, ähm, hier, ähm, Trill irgendwie streame, der ist so knuffig und knuddelig einfach. Der ist einfach wie, also den kann man nur lieb haben, oder nicht? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist so krass, wie sympathisch der Mann ist. Ich meine, das ist wirklich ernst gerade. Ich habe Trill noch eine Nachricht geschrieben, habe ihm gesagt, wie viel er mir bedeutet, dass ich hoffe, dass er nicht böse auf mich ist, weil ich ihn nicht eingeladen habe, aber dass ich nicht möchte, dass Among Us zwischen uns steht und dass Among Us mir niemals so viel bedeuten könnte wie er. Und da hat er geschrieben, sowas Nettes hat noch nie jemand zu ihm gesagt. Und dann haben wir noch ein bisschen Sex-Chat gemacht und dann war wieder alles gut. Ich brauche eine Sekunde. Können Sie ein Foto von mir machen, wie ich in diesem Auto sitze? Ja, selbstverständlich. Ja, mit so einer Kamera, ey. Mit den Hübschens, das ist wichtig. Ich habe sie noch gesehen, wie sie gehupt haben wir vorbeigefahren sind und dann in der Ferne sich überschlagen haben. Ja, so schnell, so schnell, so schnell ändert sich das. Patti ist leider stumm. Patti ist unser Pressesprecher. Ich habe einige Fragen und Sie werden sie mir jetzt ehrlich beantworten. Seid ihr korrupt? Als wir dann den Polizeiansatz gestern hatten und dann auf die Rocket Beans getroffen sind und jemanden verhaftet haben, mit in den Helikopter genommen haben und wir dann abgestürzt sind, diese Person gestorben, als wir sie ausgeraubt haben und hinterher noch eine Bärenfalle an die Leiche gelegt haben. Klingt aber für mich erstmal ganz normal. Was hat das denn? Lord, was? Ich finde, Westside ist das Pilot gewesen. Man kann nicht rausfallen, oder? Nach rechts müssen wir, ne? Das ist ein bisschen gescheit. Ah! Kann ich nicht von hier ins Wasser springen? Theoretisch ja, aber es ist gefährlich. Nein, nein, nein. Alter, Dalu, ist das dein Ernst? Wir machen das taktisch insane. Nein! 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 Wie nett, die uns da die Strecke frei hält! Arnie! 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 Wir müssen nur vergelbt kommen, wir müssen vergelbt kommen! Wir müssen Emi vergelb... Arnie! Arnie! Wir müssen auch nix angefangen! Oh! Wie habe ich gemacht? Oh! Das besser gibt es einmal auf dem Server! Ich werf's, Drill! Ich werf's! Ich werf's, Drill! Nee! Du werf's! Du werf's! Du werf's! Drill! Drill! Du bist halt geblockt! Ich hab's schon! Nein, mit Briefkasten, du Scheiße! Drill! Was passiert hier? Du guck dir mal deine Base an! Sieht das für dich normal aus? Was ist Matthäus' Lieblingssaal von diesen ganzen? Fünf? Drei mal am Tag. Ich mein, schloss die Granate. Tog nicht! Du kommst zurück! Tog nicht! Mann! Mann, sie ist halt auf die Granaten aufzuwerfen, Jungs! So bescheuert die Jungs! Nein, jetzt stopp! Warum ist der Text-of-Speech an? Ich war das nicht! Und Niklas, lass mir mal eine Freundin in Ruhe. Ich hab Hunger. Ich will jetzt mit ihr kochen und dann essen wir. Lass sie jetzt bitte einfach in Ruhe. Meine Fresse. Achso, und weg vom Räuberwald, ihr Arschlöcher. Ja, schöner Zusammenschnitt. Danke, Andi. War sehr schön. Ey, wenn wir mal wieder eine echte LAN machen, müssen wir Wreckfest spielen. Das ist so ein geiles Game zum Zusehen. Mach schon noch mega Bock zum Spielen. Ja, das kann man auch einfach nur aus Fun zocken. Ja, ja, komplett. Das Gefühl ist so wie bei... Flatout. Ja, ja, ja. So hat's ja auch angefühlt, ja. Ich glaub, es sind sogar dieselben Entwickler, oder? War das nicht so, Chat, dass die Entwickler von Flatout teilweise Wreckfest gemacht haben, oder so? Oder so in der Richtung? Andi sagt, krass, ein Spiel, das man zum Spaß spielen kann. Irre. So, wir schalten mal kurz auf meinen Rechner. Oh, schade. Stopp! 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 Tschüss, Andi. Tschüss, Andi. Gut. Ja, war aber eine geile Woche. War viel dabei. Also, natürlich viel Rust, aber auch viel anderer Stuff. Lass mal in den Wochenrückblick reingehen, dann können wir gleich mal alles uns ansehen im Detail. Ich muss mal überlegen, was ist denn Montag gewesen? Montag war Rust schon. Ja, genau. Ist der Samstag losgegangen? Ja, genau. So, das ist von Sonntag auf Montag noch, oder was? Muss ja sein, oder? Müsste sein, ja. Guck mal, hier ist noch alles am Start. Alle haben noch nichts. Das war die schönste Phase, fand ich. Fand ich auch, weil da war noch alles offen und man hat noch sich abgetastet. Keiner wusste, wo wer ist. Alles war aufregend. Jedes Feuergefecht war so voll so, oh mein Gott. Und du wusstest noch nicht genau, wer Freund und Feind ist, oder? Das war ziemlich geil, ja. Das war echt die geilste Zeit, die ersten Tage. Fand ich auch. Man kann es durchlaufen lassen, das würde die ganze Zeit so gehen. So, Montag habe ich dann meine Büge gegeben. Ich habe am Anfang immer Clips geguckt, vom Vortag auch. Und guck mal, hier male ich die ersten Schilder. Hm. Da habe ich noch nicht meine Basis um die Schilder herum gebaut. Hier habe ich meinen Termin vereinbart, mit den Pete's Meats, bei Lost. Und dann war schon Briefing. So. Und nach dem Briefing? Kam ich. Und du hast es weitergeballert. Dann habe ich direkt weitergemacht, genau. Ich glaube, da haben wir die Base. Guck mal, da steht aber auch schon das äußere Gate. Das ist aber schon doch ziemlich weit. Lass mal weiterlaufen. Ja, aber es ist noch immer offen, die Base. Ja, ja. Die war noch nicht umringend komplett. Unsere Zeit war auch eine lange Zeit einfach offen. Aber guck mal, da steht auch schon der Bonja Tower. Also das mit diesem Schild. Das ist der Tower von Leon und von mir. Das war schon später. Es ist schon krass, wie viel in der kurzen Zeit passiert ist. Wir haben ja erst eine ganze Zeit lang in so einem Mini-Tower gelebt. Es ist mega viel passiert. Die ganze Zeit ist eigentlich was passiert. Ja. Äh, ja. Dann haben wir ein paar Raids gemacht. Da habe ich glaube ich... Habe ich da Edo P gekillt? Weiß ich nicht. Wir haben da mehrere Raids auf jeden Fall den Heli geholt. Ich weiß gar nicht, wo wir da gerade sind. Da war ich beim Schamanen. Das war auch ganz geil. Den habe ich noch keinen Mal getroffen. Nee, keinen Mal. Der ist halt wirklich witzig, ne? Ich weiß gar nicht, was der macht. Weil der hat auch bei der Talentshow gewonnen, aber ich habe den nicht gesehen. Der hat ein Haus mitten im Wald, so komplett abgelegen. Mhm. Und ich habe den irgendwie ganz random getroffen beim Steinehacken. Hat er mich in seine Hütte rein beordert. Und dann hat er mir die Zukunft und die Vergangenheit gelesen. Wow. Und das krasse ist, in meiner Vergangenheit hat er komplett alles richtig gelegen. Und dann hat er vorhergesagt, dass Leon sterben wird bei dem Raid gegen die Polizei gegen euch. Wow. Und er hatte recht. Alter. War richtig scary. Alter. Ja. Krass. Genau, dann hat Leon übernommen, auch weiter Rust gespielt. Turi. Turi ist auch mega aktiv auf dem Server. Mhm. Wie oft ich schon Turi Stimme über den Weg gelaufen bin. Und dann auch. Stimmt. Das war die Woche, wo ich zu Hause dann immer noch bis drei Uhr nachts Rust gespielt hatte. Und dann habe ich auf dem Bondra-Stream geguckt. Und Leon hat dann auf Minecraft gerannt. Und dann kamen die ganzen Raids rein. Jeden Tag. Und alle haben sich quasi nach Rust noch auf dem Bondra-Stream getroffen. Also alle Streamer und so waren auf einmal da. Mega viele Leute. War richtig, richtig nice die Woche. Boah, war die Woche nice, ey. Die muss man eigentlich einrahmen, die Woche. So, Dienstag habe ich dann auch gestreamt, weil ich natürlich im absoluten Rust-Fieber war. Ähm, ich weiß nicht mehr. Ah, hier sind wir mal bei Dalukat. Guck mal, da hat noch niemand Mauern um seine Base. Ja, stimmt. Das ging erst so nach und nach dann los. Aber das ist schon die zweite Base, die da steht. Ist schon, ja. Nicht die zweite? Ja, ja, ja. Bup. Sehr schön. Alles hat mega Bock gemacht die ganze Woche. Mann, war das eine schöne Woche. Ja, hier waren wir bei den Pete Smiths. Haben versucht, Frieden zu schließen. Lief ganz gut, bis dann Peter aufgetaucht hat und uns einfach mit Wach und Gewalt angedroht hat und uns weggescheucht hat. Er hat wieder getrunken, 100% Peter ist ganz schön aggressiv, ey. Ja, ja, der ist ein ganz wilder. Dann kam ich, wir haben ein bisschen Quatsch-Videos geguckt. Und dann bin ich wahrscheinlich nicht in Rust rein, weil Dienstag ist. Wir haben Among Us gespielt. Ah, da war Among Us. Und ich wurde noch nie. Stimmt, Faschisten hat er uns genannt. Stimmt. Die sind die Bösen. Hör auf mit denen zu reden. Das sind Faschisten. Mhm. Naja. Jedenfalls, äh, ich wurde noch nie so oft so schnell gekillt wie in dieser Session. Ich habe nicht einmal ein drittes Meeting gesehen. Wurde komplett zerrissen. Mhm. Ich hoffe, das wird diese Woche besser. War sehr niederschmetternd. Eieieiei. Ging dann bis Null. Eieieiei. Haben wir dabei mal Rocket Beans. Ob Varian oder so. Oder Jan. Ganz viele Leute. Die haben dann nachts hier Elektronik gebaut. Mhm. Da läuft der aber noch mit einer Kackwaffe rum. Da hat er den Recher einmal kurz, das ist wahrscheinlich das erste Mal gesehen. Mal sehen. Der Recher war aber auch nicht von Anfang an auf dem Server, ne? Also Toro? Der kam irgendwann dazu. Der kam später. Der hat mir, glaube ich, so Mitte der Woche geschrieben. Ah. Und den habe ich dann direkt durchgewinkt. Und dann nachts noch weiter Speedruns. Auch jeden Tag habe ich eingeschaltet, drei Uhr nachts. Wenn du sechs Uhr morgens Speedruns gesehen. Ja, mein Gott. Dann wäre ich aber auch im Arsch nach der Woche. Richtig dumm, ey. So. Dann habe ich mir noch ein neues PB angesehen. Vorm Abend. Weil genau das habe ich verpasst. Er hat sogar noch einen PB gemacht. Ja, er hat sogar noch einen PB gemacht. Auch ein ziemlich krasses. So. Heißt durchgewinkt, oder? Heißt durchgewunken. Durchgewunken heißt es, oder? Ich sage immer durchgewunken. Dann sagen die Leute, haha, ist falsch. Nee, ist durchgewunken. Scheiße. Okay. Und das war aber der Tag, da war ein Event bei den Peats Meets. War eine schöne Abwechslung, fand ich. Nämlich ein Wreckfest-Event mit 16 Streamern. Habe ich auch geguckt, fand ich richtig geil. Hat auch richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, auch das Team war mega nice. Mit Dalu, mit Anni und mit Chris von den Peats Meets. Ey, guck mal. Ich habe gerade gegoogelt. Es heißt durchgewunken. Durchgewunken ist falsch. Beliebte Fehler. Ja. Weil ich wurde immer korrigiert, als ich durchgewunken gesagt habe. Dachte so, hä, das ist doch richtig. Und jetzt steht hier, beliebte Fehler durchgewunken. Richtige Schreibweise. Durchgewinkt. Das Verb durchwinken hat die Bedeutung. Jemanden mit, ja. Hä? Das heißt, alle, die mich nochmal falsch korrigiert haben, werden auch getimeoutet. Einen Monat, würde ich sagen, oder? Ist fair. Alle, alle timeouts. Geht beides. Matteo labert scheiße. So, dann am Mittwoch hat Matteo übernommen. Guck mal, jetzt ist schon eine schöne AK. Lecker. Ja. Und da sind die Basen auch alle schon ziemlich. Genau, das sind dann die heftigen Basen schon. Wobei ich sagen muss, ich bin kein Freund von diesen, ich verstehe schon, wo das herkommt, von diesen öffentlichen Servern von Rust, dass man so kranke Basen bauen muss, wo keiner durchlaufen kann. Aber für unseren Server wäre das glaube ich nicht nötig gewesen, dass man so kranke Basen baut. Haben wir auch irgendwann gemerkt. Ja. Weil wir hatten erst Angst vor einem Raid. Das hieß ja erst, wir werden geradet. Ja, ja. Und dann sind wir zwei Tage, haben wir komplett gepanickt. Haben unsere Basis bis oben hin bewaffnet, haben überall Selbstschussanlagen aufgestellt. Und dann kam kein Raid und dann war es ein richtiger Downer. Und dann haben wir eine zweite Basis gebaut, eine RP-Basis. Wo auch gestern ganz viel stattgefunden ist. Oh, das war glaube ich das PvP-Event. Da war das, ne, oder? War es am Mittwoch? Äh, hu. Da fragst du mich jetzt was? Was am Mittwoch war? Don't know. Kann ich nicht mehr sagen. Ist alles eine verspommene Matte. Ja, ist alles nur ein vermixter Schleier aus allem. Das war aber jetzt Donnerstag. Nee, das war Mittwochnacht, ne, mit Leon. Guck mal, da ist eure Mauer fertig. Genau, die Mauer ist dann fertig. Und Mittwoch auf Donnerstag, da haben wir auch unsere Basis komplett aufgerüstet. Gegen alle Angriffe abgesichert. Weil wir nicht wussten, ob wir jetzt angegriffen werden oder nicht. Weil erst hieß es, alle verbünden sich gegen uns und wollen uns angreifen. Und dann ist es nicht passiert. Und dann waren wir ein bisschen traurig, muss ich sagen. So, und dann nachts wieder. Ey, Leon ist letzte Woche so krass eskaliert. Und der hat halt jede Nacht, da kamen noch so viele Raids rein. Und er hat jede Nacht noch richtig Gas gegeben dann. Es war ultra nice. So, Donnerstag gab es auch zur Abwechslung eine Runde Dead by Daylight. Und zwar war Shuyoka dabei. Die hatte ich ja angeschrieben auf Twitter. Und es hat tatsächlich geklappt. Turi war dabei und ein kleinerer Streamer, Pausenapfel. Das ist ein EFT-Streamer. Wie groß ist der? Er ist wirklich unter 100 Viewer. Den hat Leon mal geradet. Schade, dass du nicht auf meinen Joke eingegangen bist. Ich kenne Pausenapfel. Den habe ich als erstes mal geradet. Ach, du warst das. Und dann habe ich den letzten Mal geradet. Der ist mega nice. Der hat ein Restaurant. Weißt du das? Nee, nur, dass er Koch ist. So weit sind wir noch nicht gekommen. Ja, er ist Koch. Aber so wie ich es verstanden habe, führt er das auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch sein, dass es Fehlinformationen ist. So habe ich es nämlich damals verstanden bei dem Raid. Er meinte, er könne uns mal... Auf jeden Fall habe ich den letzten Mal geradet. Und ich bin dann drin hängen geblieben, fand es voll nice. Und habe gesagt, hier, können auch mal Dead by Daylight zeigen, wenn du Bock hast. Oh krass, hier wird gerade im Chat geschrieben. Daraus wurde leider wegen Corona nichts. Okay, krass. Ah, shit, Alter. Also wir kennen ihn halt schon länger. Damals hatte er noch die Pläne gehabt, das eigene Restaurant aufzumachen. Aber echt mega nice gewesen, auch ihn dabei zu haben. Ja. Ja, Dead by Daylight. Wir haben versucht, ein bisschen zu viel zu ranken. Hat auch mega Bock gemacht. Und Chiyoka hat auch echt gut gepasst. Und dann gab es aber noch eine Runde Rust. Grustus. Da habe ich weiter Schilder gebaut. Das war der Tag vom... Nee, war das der Tag vom PvP-Event? Nee, das war am Mittwoch, ne? War das PvP-Event. Am Donnerstag war der Talentwettbewerb. War es Donnerstag? Ich dachte Freitag. Ja. Nein, nein. Sonst hätte ich ihn ja nicht gesehen. Ah, stimmt. Der muss Donnerstag gewesen sein, weil ich war ja dabei. Und das war am Donnerstag. Das war für mich so der... Das war für mich so der... Auf die Show hat sich alles so auf... Also bis dahin ist die Spannung so unendlich gestiegen bei mir. Ja. Das war so der... Der Showdown dann. Der dann verhindert wurde ja eigentlich, ne? Hast du ja schon gezeigt heute im Video von Andi. Aber wie knapp der auch verhindert wurde. Ja, also ohne Scheiß, das hätte man nicht krasser skripten können. Also das ist wie so ein... Wie in so einem Film, so ein Sniper-Shot war das. Und ich dachte, holy shit. Also bis dahin, das war eigentlich so der Höhepunkt. Ja. Und bis dahin war auch alles irgendwie unsicher. Und man hatte auch noch nicht mit allen zu tun und so. Und alles war so alle auf einmal auf einem Fleck. Und alle sind da und alle denken so, fuck, was hat der jetzt vor? Und was hat der jetzt vor? Ja. Alle schieben ihren eigenen Film und keiner weiß richtig, was passiert. Ja, ja, ja. Und am Ende ist ja eigentlich nichts passiert. Die Talentshow ist ja durchgegangen, aber eigentlich ist doch alles passiert. Genau. Im Vordergrund wirkte es so, als wenn es ganz normal gelaufen ist. Und ganz viele Streamer wussten auch gar nicht genau, was alles für krasse Spannungen gerade sind. Und auch Wirt und so. Und die ganzen Rocket Beans, die haben überhaupt nicht gewusst, dass es so ein krasses Attentat geben sollte. Und dass es wirklich in letzter Sekunde vereitelt wurde. Also der hatte ja den Stift schon gezogen von der Granate. Der wollte den gerade... Der flog eigentlich schon. Ja, der hat schon geschrien, äh, Reinigung durch die Flamme. So ein Scheiß. Und dann wird er noch weggesniped. Und alle so... Oh, da wurde gerade einer weggeschossen. Ja, alles in Ordnung. Weitermachen, weitermachen. Und alle so, okay. Okay, okay. Ja. Geil. So. Ja, danach waren wir ein bisschen down, muss ich sagen. Weil wir hatten uns halt voll vorbereitet auf den Raid. Ja. Und im Endeffekt ist ja nichts passiert. Kann ich verstehen, ja. Keiner wollte es dann doch was Böses. Und dann waren wir, haben wir so, hm. Und dann haben wir eigentlich schon so geplant, okay, wir raiden morgen auf jeden Fall Dalu-Card. Ah. War unser Plan dann so. Haben wir dann aber... Aber dann haben wir am nächsten Tag, haben wir uns erstmal hingesetzt und so Team-Meeting off-RP gehabt und darüber geredet, ey, können wir überhaupt einfach raiden? Wir wollen auch nicht allen ihren Spaß vermiesen, so, ne? Und lass mal ein bisschen mehr RP machen und so. Okay. Und seitdem macht die ja die ganze Polizei sowieso ein bisschen mehr RP auch. Okay. So, Leon hat dann mit Sina noch gespielt. Hier, Ertix, Minecraft. Und Freitag war dann Leon-Tag. Da gab es, glaube ich, einen kompletten Tag Rust. Mhm. Ich glaube, ja. Der hat komplett durchgezogen, glaube ich, den ganzen Tag. Ja. Da sieht man auch. Matteo, nicht online. Genau. Ich war... Du spielst wirklich nur in den Streams. Ja, ich habe aber, wie gesagt, zweimal nachts gefarmt. Also wirklich nur Materialien gehackt und kein RP betrieben. Ach, Leon hat bei der Schatzsuche mitgemacht. Stimmt, die war ja Freitag vom Schamanen, die Schatzsuche. Ja, ja, ja. Am Freitag habe ich gefarmt. Den ganzen Tag. Ich habe 70.000 Sulfur gefarmt. Okay. Aber den ganzen Tag mit Jack-Cammern durch die Gegend gelaufen. Einfach alles abgefarmt. Den ganzen Tag. Ich muss sagen, Farmen macht aber auch ein bisschen Spaß. Ja, aber vor allen Dingen hat man halt da noch das Stil, okay, wir sprengen gegen eine Basis. Wir sind saue. Wir sprengen gegen eine Basis. Das ist entspannend. So in Rust-Farmen macht schon Bock. Ja, ist echt geil. So, Jensus hat dann am Samstag übernommen. Genau. Und Jens hat auch einen kompletten Rust-Tag eingelegt. Jens ist ja Solo unterwegs. Er spielt die Rolle des Warlords Kerax. Ja. Waffenhändler. Er baut so ein bisschen sein privates Imperium auf. War auch eine krasse Base. Ja. Inzwischen. Ich glaube, der war einer der ersten Server, der Endgear hatte. Mhm. Aber Jens ist halt auch eine Farmmaschine, ne? Ja, das stimmt. Also man merkt immer direkt, wenn WoW-Spieler am Werk sind, auch in so einem Game, die rasten halt immer komplett aus beim Farmen. Ja, aber bei ihm ist es in jedem Game so krass. Destiny 2… Aber im Herzen ist er trotzdem ein WoW-Spieler. Ja, ja. Das stimmt. Deswegen überträgt er das dann immer auch auf andere Games. Aber ja, in jedem Game. Also Jens macht ja immer direkt… Der holt alles raus von Anfang bis Ende. Stimmt, den GTA RP auch. Da hat er sich innerhalb von einer Woche zu so einem Super-Unternehmer hochgegrindet und hatte dann so Hochhäuser und so. Und ich habe in einem Auto gelebt mit Oskar irgendwie. Beide obdachlos und Jens sah so ein Super-Imperium mit Millionen. Ich habe dann überlegt, welches Gebäude er als nächstes kauft. Ach ja. So, dann war Sonntag. Ich hatte Samstag Rass Pause gemacht. Weil ich gemerkt habe, so ein bisschen ist die Spannung jetzt eigentlich weg. Mal erst recht, als ich dann am Freitag diesen Farm-Tag gemacht habe. Und da habe ich mir Sonntag mega gefreut, die Runde mit Gino und Hauke endlich weiterspielen zu können. Weil es ist ja einmal ausgefallen. Und das war also mindestens ein ebenwürdiges Highlight in der Woche. Diese Runde vor The King war einfach unfassbar spannend, weil es immer schwieriger wurde. Und wir eigentlich die ganze Zeit verreckt sind, aber dann doch irgendwie nicht. Und noch ist der Run alive. Wir spielen auf Meister, dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Und da musst du echt so krass alles planen. Und vor allen Dingen geht der Run los und Gino zerbrechen sofort seine beiden Waffen. Typisch. Ja. Wie seine Arme. Schwach. Gino war dann erstmal nutzlos eigentlich für 20 Runden oder so, bis wir eben die nächste Waffe organisiert bekommen haben. Andi schreibt schöne Spiele. Super nette Entwickler. Warum kann Andi noch schreiben? Hm. Ja. Ist gehackt. So. Und dann haben wir uns erstmal angeguckt, was da alles passiert ist. Hier zum Beispiel. Der Eisene Recher hat einen Song gemacht. Hier sieht man es. Highlight. Russ Platz Hymne bei Toro mal reinsehen. Haben geguckt. On Stream. Richtig nice. Und auch alles andere. Hier nochmal, was passiert ist in dem Clip von Diva. Und alles, was drumherum entstanden ist. Und dann bin ich selbst nochmal auf den Server gegangen. Und ich hab mir einfach mal ein bisschen C4 mitgenommen. Da wurden alle ein bisschen nervös. Und ich hab mal geguckt, was ich mit dem C4 so machen konnte. Aber er kam tatsächlich nicht zum Einsatz an dem Tag. Ich hab dann versucht auch Lenny und Rüdiger zu finden. Und überall sind neue Basen auf jeden Fall. Überall haben sich nochmal neue Spieler niedergelassen. Ich hab denen alle ein Hallo gesagt. Ein bisschen Steuern direkt. Polizeisteuer musste ich ein bisschen direkt reinholen. Ja. Weil, was soll man schon machen? Eventuell wird ja auch die eine oder andere Wand weggesprengt. Da sollte man einfach aufpassen. Und dann hat noch sehr viel diese Eurigs und so gemacht. War ein geiler Tag. Aber ich hab gestern schon gemerkt, Chad. Hm. Der Zauber ist irgendwie so ein bisschen weg. So bei mir persönlich. Und dann hab ich ja vorhin schon... Kann ich ja gleich nochmal sagen. So, dann hast du übernommen. Genau, dann hab ich übernommen. Und ich hab mich auch für RimWorld dann entschieden und nicht für Rust. Weil ich dachte, es gab schon viel Rust. Und ich hatte selber auch... Also ich kann ja auch gleich nochmal was dazu sagen, wie Rust dann bei mir später aussehen wird. Oder das mach ich vielleicht nach dem Briefing. Dann kann ich mir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Aber gestern gab es auf jeden Fall RimWorld. Leider hatten wir gestern massive Internet-Probleme. Deswegen kann man das wahrscheinlich auch nicht mehr gut nachholen. Weil es halt sehr laggy war. Aber ich hoffe, man sieht so halbwegs, was passiert ist. War ansonsten aber ein ganz normaler RimWorld-Tag. Ach, Andi ist gestorben leider, ja. Schade. Dann kann man nichts machen. Lass ich mal ein bisschen das Blutbad. Ja. Ja. So, und das war die Woche. Also ihr seht, voller Rust-Type. War eine krasse Woche. Also echt wie so ein Film war die Woche für mich. Aber auch immer wieder Abwechslung drin. Gab Among Us, gab For The King, gab Breakfast, gab Dead by Daylight, gab RimWorld. Ja. Hatte eigentlich alles die Woche. Das stimmt. So, Chat. Dann schauen wir mal auf bonjour.de slash Programm, was die Woche in Zahlen geheißen hat. Und ich kann es persönlich echt schwer einschätzen. Ich habe überhaupt nicht auf die Zuschauerzahlen letzte Woche geguckt. Weil ich war eigentlich nur so im Tunnel. Stream. Rust. Ein bisschen Show machen. Nach Hause. Und weiter für die Polizei arbeiten. Und habe überhaupt nicht... Das einzige Mal, wo ich auf die Zahlen geguckt habe, war immer nachts. Als ich bei Leon noch zugesehen habe. Weil ich das da immer gesehen habe, wie viele Raids reinkamen. Also ich glaube, die Nachtschicht hat krass gecarried diese Woche. Das kann sein, ja. Die wird wahrscheinlich einen krassen Boost gegeben haben. Ansonsten schwer zu schätzen, wie viele Stunden es auch sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mehr Zuschauerstunden haben als die Woche davor. Ui, aber Samstag und Freitag gab es Stream, ne? Ja, wir werden aber fast 300.000 letzte Woche. Achso, Zuschauerstunden meinst du? Okay, ja. Das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir die 300k gebrochen haben. Aber jetzt mal reine Streamstunden. Schätze ich mal, dass wir um die 97 bis 100 havern, oder? Und Schnitt wird aber gesunken sein, sag ich. Ich sage, das ist eine Hunderterwoche. Okay, lass gucken. Ist es eine Hunderterwoche? Weiß nicht, lass gucken. Könnte eine Hunderterwoche sein. Wupp. Okay. Oh, krass. Alter, fast eine Hunderterwoche. 99 Stunden. Der Schnitt ist gestiegen. Gestiegen? Okay, das ergibt... Überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Durch die Raids vielleicht. Hatten wir Proben oder so? Nee, gar nicht, ne? Nee, nee. Die Nachtschicht war so krass. Ja, die Nachtschicht war heftig. Ja. Also, der höchste Schnitt, den wir jemals hatten, so wie ich das sehe, oder? Alter, das macht mich völlig fertig schon wieder. Aber wie kann die Woche denn auch krasser? Ja, das ist der höchste Schnitt außerhalb von Promowochen, den wir jemals hatten. 99 Stunden ist auf jeden Fall solide. Und Zuschauerstunden 288.100. Auch wieder... Guck mal, wie lange wir jetzt Urlaub machen können. Insane hoch. Wir können eigentlich den Rest des Jahres freimachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wir können schon 13 Wochen Urlaub machen. Ja, lass machen. So, wir gucken mal rein. Montag, kompletter Overkill. 55.000 Zuschauerstunden an einem Montag. Fuck. Das ist auch neuer Rekord für den Montag, glaube ich. Das hatten wir noch nicht. Nein, das hatten wir noch nie, außerhalb von der Laden. Sehe ich zum ersten Mal. Hatten wir noch nicht. Dienstag 59.000 ist ebenfalls neuer Rekord für einen Dienstag, außerhalb von einer Lahn. Es ist einfach unfassbar. Mittwoch 54.000 Stunden. Das ist kein Rekord, weil wir hatten vor drei Wochen Drops an einem Mittwoch von EFT, aber das ist ja geboostet. Aber davor die Woche 56.000. Also ein ultra starker Mittwoch auf jeden Fall. Donnerstag 45.000, auch extrem stark. Freitag, auch solide, aber reiht sich so in die anderen Freitage ein, würde ich sagen. So vom Schnitt her. Samstag, auch ein sehr solider Samstag. Samstag schwankt halt stark, weil immer die Leute verschieden lang streamen. Und manchmal fällt der Stream aus. Manchmal streamen Leute länger oder so. Ist schwer zu sagen. Also das ist jetzt natürlich wild. Der Sonntag ist, wenn man den zu den Wochentagen zählt, der schwächste. Was ist das denn? Ja, weil wir hatten ja, wie gesagt, kein Internet mehr ab 20 Uhr. Aber trotzdem 37.000 immer noch stark für den Sonntag. Also wenn man jetzt davor sieht, vor drei oder vier Wochen waren das normaler Sonntag. So wie die Sonntage davor. Genau. Die letzte Woche war halt wirklich eine Ausnahme. Ja, ja. Aber im Vergleich zu den Wochentagen, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, einfach insane. Also das ist krass. Ja, ist eine heftige Woche gewesen. Ist eine wirklich heftige Woche gewesen. Also Leute, ich sage das einmal. Jetzt einmal no, no, äh, pay off einmal, ne? Also real talk. Ähm, das hier ist der Peak von Bondra. Die drei Wochen. Genau. Sagen wir mal, der Peak ist ausgeweitet auf die drei Wochen. Ja. Das wird nie wieder krasser. Ich glaube, es wird jetzt sich normalisieren, Chad. Ja. Es wird jetzt, glaube ich, erstmal ein paar trockene Wochen geben für uns. Ja. Besser wird es nicht gehen. Es muss jetzt erstmal wieder bergab gehen. Ja. Geht gar nicht anders. Gut. Außer... Außer? Wir machen FIFA-Packs auf und Pokémon-Karten. Meinst du, das ist guter Content? FIFA-Packs und Pokémon-Karten? Auf jeden Fall gucken dann viele Leute zu. FIFA-Packs? Ja, FIFA-Packs gingen mal richtig ab, oder? Jetzt mal real talk. Was meinst du, wie viele Leute hier zusehen würden, wenn ich jetzt hier anfange, FIFA zu spielen und Packs aufzumachen? Kommt drauf an, wie viel du investierst. Wenn du in den Streamtitel schreibst, ich öffne FIFA-Packs für 50.000 Euro, dann... Und dann öffne ich einfach nur für 50 Euro. Ja, muss ja nicht. Das weiß ja keiner, ne? Also ich glaube, ich würde sagen, von unseren Zuschauern würden dann die meisten abschalten, aber es würden ganz viele andere reinkommen, die dann sagen, hui, Geld. Jetzt, wo es so gut läuft, können wir eigentlich ein paar Wochen machen, wo wir die Zuschauer komplett vergraulen, oder? Ich versuche das jeden Abend, Niklas, aber es funktioniert nicht so gut. Ja, aber die richtigen Spiele dafür spielen. Wir können FIFA spielen. Du doch mal ein bisschen Fortnite. Das wäre doch lustig, oder? Ey, Fortnite, da werden die ganzen Kids bei mir. Meinst du? Ja, klar. Hä? Ich sehe doch aus wie so ein Fortnite-Charakter mit meiner Frisur. Safe. Das würde niemand sehen wollen. Das sind tausend Zuschauer. Nicht mal. Ich hätte 20 Zuschauer, die würden alle mich flamen im Chat. Andi, coach dich. Ja. Okay, dann schauen wir mal in die Events rein. 28. Februar, das ist die Achievement Show, ist ja bekannt. Genau. Ist auch noch aktuell. Also, wir geben euch Bescheid, falls sich das verschiebt. Ist aber der aktuelle Termin. So, Chat. Und diese Woche machen wir eine richtige Füße-Hochlege-Woche. Das wird jetzt, wir müssen mal ein bisschen jetzt hier einmal auf die Bremse drücken. Ja. Also. Ich habe schon gesagt, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich wiederhole es jetzt einmal, dass ich auf dem aktuellen Server diesen Vibe kein Rust mehr weiterspiele. Ja. Wer sich das nachher nochmal reinziehen möchte, der schreibt einfach Ausrufezeichen Info, und da erkläre ich, warum das ist. Das hat jetzt überhaupt keine dramatischen Gründe, sondern einfach, weil ich aufhören möchte, wenn es am schönsten ist. Okay? Okay? Das ist so der Hauptgrund. Aber ich habe es nochmal genau erklärt. Für mich ist nämlich so der Zauber ein bisschen weg nach der krassen Woche. Und es hat sich alles so ein bisschen eingependelt. Und es macht noch immer alles Spaß, aber ich sehe mich da nicht. Ich sehe mich da einfach nicht. Okay? Ich habe es aber nochmal genau erklärt. Holt es später ruhig nach. Der Link kommt dann, wenn ihr Ausrufezeichen Info postet. Ich werde diese Woche kein Rust spielen. Ja? Ich werde wieder was anderes spielen. Es kann sein, dass dadurch auch weniger Zuschauer wieder da sind. Aber es ist völlig okay für mich. Weil ich gemerkt habe, ich müsste mich da jetzt zwingen und ein bisschen verbiegen. Weil ich sehe mich da nicht in der Menge von Spielern da so als RPer, als Roleplayer noch mittendrin. Ich bin halt eher jemand, der so gerne auch mal so eine eigene Sache durchzieht. Und der so andere unterstützt. Aber ja. Also zieht euch das nochmal rein, wenn ihr wissen wollt, warum ich jetzt genau keinen Rust mehr spiele. Auf jeden Fall wird es bei mir diese Woche keinen Rust geben. Okay? Genau. So. Heute wird Matteo dann weiter streamen. Genau. Erstmal gibt es Judgmental. Wir quatschen eine Stunde dann. Ab 21 Uhr gibt es das Rematch gegen das Female Team. Wir haben ja erst Counter-Strike gespielt. Und das Rematch wird in Valorant stattfinden, weil Maluna Valorant Main ist. Also sie spielt viel lieber Valorant als CSGO. Und deswegen haben wir gesagt, cool, dann switchen wir einfach alle auf Valorant und schlagen uns da die Köpfe ein. Wird ein BO3 werden. Leon wird von zu Hause aus mitspielen. Ich aus dem Studio. Und dann werden wir mal gucken, wie das gegen die Mädels läuft. Sie haben Shorty dabei. Ist auch eine sehr starke Spielerin. Kenne ich aber persönlich jetzt noch nicht. Dona sowieso stark. Melli ganz solide für ihr Alter, würde ich sagen. Das hätte ich nicht sagen sollen wahrscheinlich, ne? Ne. Ne. Maluna ist natürlich dabei. Und Shushu. Nicht klippen. VOD löschen, bitte. VOD löschen. Löscht das VOD jetzt mal kurz, bitte. Und Shushu war letztes Mal, als wir Counter-Strike gespielt haben, wirklich insane. Also ohne Scheiß. Die hat einfach alle weggedrückt. Und ich weiß aber nicht, ob das jetzt überträgt auf Valorant, weil das hat sie glaube ich wenig bis gar nicht gespielt. Das heißt, die Karten sind offen. Bei uns muss man sagen, Dalu ist, glaube ich, in Valorant noch krasser als in Counter-Strike. Hä, echt? Ja, ja. Gibt das eigentlich was, was Dalu nicht kann? Habe ich mich auch gefragt und ich glaube... Strategiespiele. Genau. StarCraft wäre wahrscheinlich sein Kryptonit. Oder, Chad, wisst ihr, ob Dalu Counter-Strike, äh, StarCraft spielen kann? Hat er schon mal irgendwann Strategiespiele gespielt? Ja. Ich hätte schon Bock, ich könnte, ich hätte Bock irgendwie Dalu zu coachen, weil der ist halt auch jemand, der ist als Kind einen Topf voll Skill gefallen. Ja, ja. Den könnte man so gut hochcoachen. Aber in allem Möglichen, das ist so krass, was für verschiedene Disziplinen der einfach richtig krass ist, oder? Dalu ist GM? Dalu ist doch kein GM in StarCraft. Das schreibt der Chat jetzt nur. Jetzt, äh, seid mal, jetzt erzählt keine Kacke, Chad. Der kann nicht auch noch, der kann nicht auch noch GM in StarCraft sein. Das ist völliger Quatsch. Rennspiele, meint der Chat, ist auch nicht so gut. Wollen wir eins sein Kryptonit? GM in Chess? GM in Save? Ne, ich hör nicht mal auf den Chat. Ich hör nicht mal auf euch. Oh, vielleicht, äh, weißt du, was er gedodged hat, was ich ihn mal gefragt habe? Schach. Schach? Ja, ja. Ich hab ihn mal gefragt, ob wir Schach spielen wollen. Schach ist aber auch nicht schwer. Ne, ich hatte ihn angefragt für die zweite Staffel von Zugzwang, von den Rocket Beans. Mhm. Und hat er direkt gesagt, nee, Schach kann er nicht. Und das ist, glaub ich, sein, also jetzt nicht sein Kryptonit oder so, sondern einfach, wo er nicht insane gut drin ist. Ja. Aber da, ich weiß auch nicht. Also ich hab auch jetzt dadurch, dass ich so viel Ross gespielt habe, auch ganz viele andere Streams gesehen. Ich muss sagen, ich hab auch ganz viel von den anderen Streamern gelernt. Und hab auch so überlegt, okay, wie denken die wohl. Aber bei Dalo werd ich halt nicht schlau. Wie kann er den ganzen Tag so viel streamen? Das check ich auch nicht. Und immer gut drauf sein und auch die ganze Zeit RP machen. Ich check das nicht. Ja, und vor allem. Der ist so eine Stream-Maschine. Und das Krasse ist, wir sind ja im Hintergrund noch für die Orga zuständig vom Server. Und da ist er immer mit dabei und er ist morgens in den Meetings mit drin. Also es gibt vielleicht zwei Dalo. Es gibt wahrscheinlich fünf oder sechs Dalo. Der hat sich geklont aus irgendeiner Haarsträhne und dann hat er irgendwie, keine Ahnung, eine Armee gebildet. Das ist einfach nur sick. Der ist ein absolutes Streaming-Wunder. Das raffe ich nicht. Und vor allem das Krasse ist, der macht das ja nicht erst seit gestern oder so, sondern der grindet schon seit Ewigkeiten durch. Ja. So jeden Tag einfach. Das kann doch nicht, geht das? Weiß ich nicht. Du bist ja schon zehnmal krasser als ich, so was das Grind-Game angeht. Aber Dalo ist ja nochmal komplett insane. Dalo ist jeden Tag, so wie ich, in dem ersten halben Jahr war bei Bondra. Ja. Immer so bis morgens, weißt du. Und das macht er aber schon immer einfach. Wie macht er das? Wie macht er das? Der hat sich vielleicht nicht zergrindet. Der hat vielleicht einen krassen Ausgleich. Oder er braucht keinen Ausgleich. Vielleicht ist Gaming sein Ausgleich. Vielleicht hat er einen Zwillingsbruder. Vielleicht hat er, ja. Das ist, glaube ich, die logischste Erklärung. Er muss einen Zwillingsbruder haben. So jedenfalls, Showmatch findet statt. Wir spielen im Best-of-3. Verlierer müssen sich eine Glatze rasieren. Haben wir mit den Mädels schon ausgemacht. Ah, ja. Macht Sinn. Und dann, ab 23 Uhr übernehme ich, Leon macht heute frei. Und das mit der Glatze war ein Joke übrigens. Leon macht heute frei und deswegen übernehme ich die Nachtschicht. Willst du denn jetzt noch Rust diese Woche? Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich werde nach der Nachtschicht in Rust reingehen. Und dann erfahrt ihr, wie meine Rust-Zukunft aussehen wird. Ich habe extra den Rest der Woche offen gelassen. Und ob ich Rust weiterspiele oder nicht, hängt von dem Gespräch ab, was ich später dann in Rust mit meinem Team führen werde. Weil ich werde nur Rust weitermachen, wenn die bei der einen Sache dabei sind, die ich denen vorschlagen will. Wenn die sagen, nee, lass mal, dann werde ich auch wahrscheinlich erst mal keinen Rust mehr spielen. Also hängt davon ab, was heute Abend passiert. Okay, okay, okay. Genau, dann Dienstag seht ihr schon, der Vormittag ist frei. Ja, das liegt daran, dass ich, ich habe letzte Woche ganz viel Bürokram liegen lassen, Chat. Das ist nicht gut. Also die Firma geht gerade bergab. So, ne, quasi. Deswegen muss ich mal ein bisschen Bürokram machen. Erpressung? Ah nein, so war das nicht gemeint, Chat. Also es geht... Ich will, nein, die spielen so weiter, wie sie wollen. Und ob ich die Woche noch öfter in Rust reingucke, hängt davon ab, ob... Hast du eigentlich gerade wirklich Vormittag gesagt zu dem Spot? Das ist Vormittag, ja. Das ist für mich eigentlich morgens, um ehrlich zu sein. Also ich stehe meistens... Ich wache meistens auf, um den Stream anzumachen, um zu gucken, ob 16 Uhr es losgeht. Ey, ich bin so durch. Ich bin heute... Weißt du, wann ich aufgestanden bin? Um 10 nach 1. Deswegen war ich auch im Studio und hatte noch nicht mal gefrühstückt. Okay, das ist krass, weil du musst ja im Studio sein. Ja. Okay, das ist heftig. Ich bin aufgestanden, hab Zähne geputzt, bin ins Studio, hab mir noch auf dem Weg Brötchen gekauft und hab dann quasi im Meeting angefangen zu frühstücken. Hm. Ich hab... Ich stell mir meinen Wecker immer so, dass um 13.40 Uhr der klingelt. Dann war ich auf, geh pinkeln und geh ins Meeting. Um 14.00 Uhr haben wir ein Meeting. Aber ich war heute bis 7 Uhr morgens wach, weil ich dieses Guarana-Koffeinzeug getrunken hab und das hab mich komplett rausgeballert. Ich hab so voll so... Lag im Bett so... Voll das mein Herz gehört, wie es voll abpocht. Ich muss aber sagen, ich hab mich lange nicht mehr so krass als Gamer identifiziert wie letzte Woche. Auch in dem Team, wo ich untergekommen bin. Ja, das sind ja alles so richtige Hardcore-Gamer. Aber so richtig... Ich hab mich sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Mal wieder so eine richtig geile Session zu haben, eine Woche lang. War das geil, ey. Naja, aber Ted, diese Woche muss ich ein bisschen ruhiger machen. Wie gesagt, morgen gibt's ein paar Sachen nachzuholen. So, ne, ihr wisst schon, so Zeug halt. Es kann sein, dass ich morgens streame, wenn ich zufrieden bin mit dem, was ich geschafft habe, ja. Aber es liegen gerade echt ein paar Sachen rum. Das heißt, wahrscheinlich wird's nix. Und das heißt, der Matteo geht um 20 Uhr online. Genau. Also ich werde den Stream starten. 20 Uhr. Dann wird ein bisschen gequatscht. Und dann versuchen wir wieder Among Us mit Voice zu spielen. Und der Sheriff-Mod, das haben wir in der Kombination noch nie gemacht. Und wir werden ein neues Voice-Programm testen und schauen, ob das funktioniert. Bestätigt sind Simon von den Rocket Beans. Unge ist dabei. Varion ist dabei. Dalu ist dabei. Vlesk ist dabei. Trill hat auch gerade zugesagt. Den können wir auch noch mit dazuschreiben. Endlich wieder Trill. Baso hat auch zugesagt inzwischen. Und Anni the Duck ist auch dabei. Damit sind wir dann, glaube ich, neun. Und die zehn, da habe ich noch eine Anfrage offen. Also steht noch nicht ganz fest. Aber das sind erstmal die Leute, die feststehen. Das ist eine krasse Runde, Alter. Ja, voll cool. Ich freue mich auch voll drauf. Hab echt Bock. So und dann ab 0 Uhr kommt Leon das erste Mal diese Woche. Und er ist aber auch offen gelassen. Das heißt, was Leon dann da streamen wird, das wissen wir auch noch nicht. Er wird es dann wahrscheinlich spontan entscheiden, je nachdem. Leon ist gerade auch echt durch nach der Woche. Der hat so krass gegrindet. Und er hat auch seine Couch heute Morgen bekommen. Ach. Geliefert bekommen. Deswegen musste er wach bleiben. Ach du Scheiße. Und vor dem Meeting hat er dann genau eine Stunde geschlafen. Ach du Scheiße. Der Junge geht uns ripp. Aber der ist noch nicht so alt, ne? Wie alt ist er noch mal? Nee, der hält das noch aus. Der ist 21? Der ist 16 oder so. 21, glaube ich. So, dann Mittwoch. Kommst du. Genau. Mittwoch bin ich dann im Start. Ich habe heute schon gesagt, ich weiß nicht, was ich spielen werde, Chat. Ich werde mal morgen hier oder auch heute Nacht schon in mich gehen und überlegen, was ich als nächstes spielen möchte. Ich kann es noch nicht sagen. Ich weiß es noch nicht, Chat. Ich kann es gerade nicht sagen. Ich überlege mal. Ja? Ich überlege mal. Ja. Dann komme ich. Deutsch Mantel steht. Aber danach ist offen. Wissen wir nicht. Niemand weiß es. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es nicht. Niemand weiß es. Erfahre ich selbst erst heute Abend. Dann ab 0 Uhr Cobble to Diamond mit Leon und normalerweise Sina, oder? Ja. Ist eigentlich mit Sina. Aber warum ist Sina nicht dabei? Weiß niemand. Cobble to Diamond mit Leon? Das ergibt aber keinen Sinn, weil der coacht ja Sina. Das ist voll die Mystery-Woche. Ja. Alles offen. Alles offen. Dann Donnerstag. Donnerstag. Save von 12 bis 16 Uhr. Nächste Runde vor The King. Mit Hauke und Gino. Ah, Leon sagt, ist mit Sina. Ah, okay. Sehr gut. Also ein langer Stream bei mir. Von 12 bis 20 Uhr. Und hier ist es auch wieder völlig offen, Chat. Völlig offen. Völlig offen. Genau. Wegen Hauke so früh. Wenn 12 Uhr hier ist bei Hauke ... Plus wie viel? 7 oder 8? Ist es dann ... 20 Uhr? 20 Uhr. Okay. Ja. Ist doch voll dumm. Warum stellen die denn ihre Uhren nicht so wie unsere? Ich raffe es auch nicht. Es ist einfach dumm. Ich raffe es nicht. Wäre doch viel schlauer, wenn es überall gleich die Uhrzeit wäre oder nicht? Ey, richtig dämlich einfach. Ja. Naja. So. Und danach? Ja, steht nicht fest, Chat. Es steht nicht fest. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Diese Woche habe ich jetzt auf jeden Fall nicht geschafft, irgendwie noch eine coole Coop zu organisieren oder so. Das heißt, diese Woche müsst ihr mich alleine mal wieder ertragen. Ich hoffe, es geht klar mal eine Woche lang. Außer halt, wenn hier Gino und Hauke sind auch noch dabei. Naja, gucken wir mal, wie das wird. Die beiden nerven auch ziemlich krass. Ja. 20 Uhr übernimmt der Matteo am Donnerstag. Auch völlig frei hier. Genau. Komplett offen. Also, ich würde gerne eine Runde Among Us wieder planen. Aber kann auch sein, dass etwas ganz anderes passiert. Deswegen offen gelassen wie ein Scheunentor. Und dann Leon ab 0 Uhr auch offen. Es ist... Die Woche ist... Man weiß nix. Es ist im Prinzip... Es könnte alles passieren oder auch nix. Racing Games. Gibt es ein geiles Racing Game gerade? Eins für hippe Kids? Rackfest. Aber alleine Rackfest jetzt anfangen. Ja, alleine nicht. Aber das wäre schon irgendwie geil, wenn es so eine Racing League einmal die Woche geben würde. Wenn wir als Team Bonjoa immer so fahren und so Punkte sammeln, oder? Wie als Bonjoa? Ja, Bonjoa-Team. Wir fahren dann immer zusammen als Team. Und gegen die Piez, gegen Dalu, gegen Trill, gegen... Weißt du, die machen alle auch ihre eigenen Teams. Dann sammelt man so Punkte. Das wäre geil. Sowas wie die Piez, die mich letzte Woche gemacht haben, aber mit... Ja, aber eine richtige Liga. Eine richtige Liga. Irgendwie geil. Trackmania gegen Trill? Stimmt, Trill ist krass. Wir haben keine Chance gegen Trill in Trackmania. Der Piez war in Formel 1, stimmt. Ja, Formel 1 macht mir aber persönlich nicht so viel Spaß wie Rackfest. Ich habe Rackfest noch nie gespielt, aber es sieht so aus, als würde es voll Bock machen. Macht auch mega Bock. Ja. Hm. So, Freitag ist dann Leon-Tag, da ist auch noch völlig offen was passiert. Mystery Week. Mystery Week. Und noch viel mysteriöser, am Samstag streamt niemand. Genau, da ist komplett offen. Hier wird auch wieder Studio weitergebaut, diesen Samstag. Ja. Deswegen passt das ganz gut. Ihr habt gesehen, im Hintergrund tut sich ja ein bisschen was. Wir sind hier jetzt dabei, und mit wir meine ich vor allem Simon und Laura, die hier im Hintergrund unser Studio weiter einrichten. Ja. Wir haben nämlich jetzt einen Plan für eine neue Studiokulisse. Und das wird jetzt nach und nach alles hier gebaut. Diese Woche kein Jens und Maurice. Jens hat gesagt, dass er vielleicht Samstag streamt, aber wahrscheinlich nicht. Deswegen hat er es erstmal weggelassen. Ja. Und Maurice macht gerade ein Stream-Päuschen. Also wie weit es ausgeweitet wird, wissen wir nicht. Aber wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ihr es auch wisst. Er nimmt sich erstmal ein bisschen zurück. Aber alles Weitere wird er euch dann vielleicht selber mal erzählen. Auf Twitter oder so. Oder vielleicht auch im Discord. Anni hat auch zu viel zu tun diese Woche. Und im Endeffekt chillen wir auch alle nur Chat. Also eigentlich erzählen wir nur Lügen. Im Endeffekt, wenn wir nichts machen, wenn wir nicht streamen, dann chillen wir einfach nur und holen uns auf unseren Lorbeeren aus. Muss auch mal sein, ne? Ja. Oder wir beantworten Anfragen für den Rust-Server. Das könnte aussehen. Das ist das einzige, was wir sonst noch machen. Ja. Dann Sonntag. Ja. Sonntag ist dann auf jeden Fall auch gesetzt. Warte mal. Das stimmt gar nicht. Aber ich gehe davon aus, wir haben eigentlich nur über Donnerstag geredet. Aber ich gehe davon aus, dass Sonntag auch gesetzt ist. War vielleicht nicht so smart. Ich hätte vorher fragen sollen. Aber, hey komm, Dino und Hauke werden schon Zeit haben, oder? Für noch eine Runde vor The King, 12 bis 16 Uhr. Ja. Und 16 bis 20 ist dann auch wieder Mystery. Ich weiß noch nicht, was mache ich wohl diese Woche? Ja, du wirst ja morgen noch überlegen, was du zocken willst. Vielleicht findest du dann was und dann wird es einfach gezockt. Genau. So was könnte passieren. Dann komme ich, Judgmental, eine Stunde lang und dann ist wieder offen. In der Theorie kommt da Rimworld rein. Aber, weil Mystery Week ist, habe ich auch sogar das offen gelassen. Alter, Mystery Week. Das ist ein gutes Motto. Das könnte man in der Mystery Week machen. Nix. Nix. Gut. Das ist die Woche bei Bonjour. Ihr wisst also Bescheid, dass ihr nichts wisst. Äh, dann. Was kommt denn danach immer? Danach? Äh, machen wir Fragen und so. Ja, aber es gibt keinen besonderen Punkt, den wir noch klären müssen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn jetzt ein besonderer Punkt noch ist, den wir vergessen haben. Interveniert jetzt. Ich glaube nicht. Niemand interveniert. Sport. Ich habe Sportsachen mit. Wenn es gleich trocken ist, dann mache ich Sport. Aber es ist null Grad. Ich habe aber alles, ich habe alles mit. Okay. Gut. Ich will heute Sport machen. Ist gut. Sport ist immer gut. Melly hat den Clip gesehen und ist jetzt im Try-Hard-Mode. Was bedeutet das? Sieht sie ihre Rentnerstrümpfe an, oder was? Melly. Was heißt denn die Try-Hard-Mode? Stream. Hat sie den Rollator ausgepackt, oder? Ist die Heizdecke jetzt auf dem Schoß? Was heißt das? Wer ist denn Melly? Melly nicht. Melly? Nee. Welche Melly? Melly the One. Das ist sie doch. Ja. Schau mal rein. Streamt die gerade? Streamt gerade. Bringst du mir ein paar Pizzabrötchen mit? Wir gehen dir Pizza mit. Die ist viel besser. Die trainieren schon heimlich. Die trainieren? Ja, guck mal. Die spielen Valorant. Alles gleich. Ja, genau. Scheiße. Ich habe seit dem letzten Mal Valorant on Stream nicht Valorant gespielt. Und das war... Keine Ahnung, wann das war. Scheiße. Ewig lang her. Scheiße. Ich muss mich vielleicht auch ein bisschen warm spielen. Na gut. Willst du richtig kassieren, Matteo? Ja, aber ich hätte auch so kassiert. Deswegen kann ich mir noch ein paar Witze erlauben. Das ist viel witziger. Das ist viel geiler, wenn man vorher noch ein bisschen ausgeteilt hat und dann kassiert. So. Mysteriös. Gut. Dann, Chat. Gehen wir in die Subs und in die Fragen rein. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann taggt die bitte mit. Bitte mit. Damit ich die lesen kann. Und Niklas liest lang die Subs vor und dann geben wir eure Fragen durch. Es geht los mit den Subs. Das ist glaube ich so ein Jingle. Zwar geht's los. Ich mache einen Jingle. Und jetzt geht's wieder los mit den Subs. Vor einer Stunde geht's los mit Xebit für 20 Monate. Dein hier. Schnitzel für 41 Monate schreibt und cute. Schwefelsalz für 14. Nexus für 24 schreibt zwei Jahre schon. Ienov für zwei. Doyle für 17. Fengrim für 31. Schreibt 31 Monate Schmonate. Der Reichselch für zwei. The Only Edge für zwei. Schreibt Mental MVP. Quelly für 38. Schreibt Ulm gecute. Nenas für 30 Monate reingesubbt. Heiner für fünf Monate. Schreibt Trainer heute kein Training. Ich will lieber Rush spielen. Ja, ist okay. Kannst du machen. Proxtar für 21 Monate. Jaro CLGN für 20. Schreibt richtig ausgerüstet. Andy für 36. Komm schon, bitte, bitte. Sag mir doch. Wie heißt die Band? Die Party rockt. Toll. Woher weißt du das? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Ja, da drüben der Typ an der Bar. Kann das vielleicht sein, dass es Buddy war? Gundolin für sechs Monate. Miami Bob hat einen Sub verschenkt an Andy Dev. Itluni für zwei Monate. Phoenix für 17. Impre hat neu gesubbt. Willkommen. Iron Brutzler für zehn. Schreibt erst zehn Monate, weil ich immer vergesse mit Prime zu subben. Zwinker. Lamuni für drei Monate. Le... Lamuni. Le... Manu für drei Monate. Schreibt Bub. Juhu. Deus Bellorum für sechs Monate. Schreibt immer weiter, immer weiter. Timi Rari VS für 31. Schreibt schöne Grüße aus München. M de Bruig für 26. Bastian für 16 Monate. Schreibt Prime, Prime, Prime. Jax für elf Monate. Schreibt bald Jahrestag mit den Boys. Danke für den geilen Content. Masiu für elf. Ace Ventura Veggie God. 600 Bits getiert. Itz Matten für drei Monate. Beppo für 42. Stilgar 2K für 17. Zoom für zwei Monate. Schreibt, ihr habt euch schon seit langem mein Prime Sub verdient. Akri für 22 Monate. Kenai für 29. Baschguck für 40. Cloud9 für drei Monate. Clarissa hat ein neues Job. Willkommen Clarissa. Sessex für 23. Schreibt, Matteo hat die Haare schön. Fallas für 33. Schreibt OMG cute. Germany für zwei. Schreibt OMG cute. Ah, ja, ja. Magnus für vier Monate. Schreibt OMG, ich bin so cute. Dead X für sieben Monate. Schleich Jansen für 13. Gartenkralle für 18. Hansmann für fünf. HC Madball für sechs Monate gesuppt. Jump Seat für 15. Schreibt auf keinen Fall vorlesen. KG für 51 Monate. Schreibt jetzt, wo sich der Staub bei Russ gelegt hat. Lebt alles vom LP. Ist halt nix für jeden. Macht euch nix draus. Spielkind für 42 Monate. Schreibt, hallo, ich bin immer noch da. Hupf Dude für drei Monate. Schreibt endlich Zeit für Minecraft Speedruns. Add Honor. Ah, ich weiß nicht. So viel Minecraft Speedruns würde ich jetzt auch nicht. So ab und zu mal. Hup. Shepard für 36 Monate. Schreibt OMG kawaii oder kawaii. Agent Smith für 13. Schreibt Bonjour, der Kanal mit den besten Frisuren. Naja. Kaffren für 22 Monate. Stimo für 37. Schreibt Frust. Dragster für 16. Schreibt das Volk. Verlangt einen Rimwood Definitive. Talantis für 31 Monate. Schreibt Guten Abend. Legion für 7. Schreibt Mental for Life. Morksman für 25. Mementos für 13. Schreibt Auf geht's. Gyros. Hype für 39 Monate. Proschwein für 19. Schreibt Für die Bond war Gilde. Sir Scumbag McPleplot für 25 Monate. Schreibt OMG Root. Schubsen für 14 Monate. Schreibt S GME to the Moon. Mermaid für 9. Schreibt Wer das ließes cute. JPB oder JPB für 16. Und Lockjahr für 3 Monate gesabt. Danke Leute für den ganzen Support. Es geht ab. Vielen Dank für die Blumen. So dann. Erste Frage ist, wo ist Maurice? Der sitzt zu Hause. Ihm geht's aber gut. Macht euch keine Sorgen. Maurice. Gibt es was Neues vom Badezimmer? Nein. Nein. Wie geht's jetzt mit Niklas Renovierungsarbeiten weiter? Nein. Nein. Äh. Ich weiß es nicht. Zeit. Mach mir bitte keinen Druck. Mal ohne Quatsch. Wie hyped seid ihr persönlich, dass es bei Bondra so gut läuft? Soll ich ehrlich antworten? Ja. Natürlich. Da es seit Bondra Beginn immer nur bergauf ging. Hm. Stimmt das? Ja. Wann ging's mal bergab? So manchmal zum Sommer hin. Ja. Aber das war auch nicht so ein richtiges Bergab. Es war mehr so ein Plateau, oder? Ja. Ging auch schon. Ja. Nicht so richtig. Also riecht bergab nicht. Dadurch fühlt sich, also ich, wie beschreibe ich das? Also es ist nicht so ein Euphoriegefühl so, ja, wir sind die Krassesten, komm jetzt in die Gruppe. Sondern es ist eher so, voll geil, dass es so ist. Aber ich rechne jederzeit damit, dass es einfach nicht mehr so ist. Ich hab immer hinter dem Kopf, okay, irgendwann geht's aber auch mal schief. Weißt du, ich meine, das hab ich die ganze Zeit. Das ist so mein vorherrschendes Gefühl. Sag mal so, bupp, kann immer passieren. Ja. Also bei mir ist das so, ich hab immer so richtig krasse Hype-Phasen. Hatte ich jetzt gerade zum Beispiel wieder, die letzten zwei Wochen, hatte ich richtig krassen Hype, so was Streaming angeht. Ja. Und hab dann auch, ich muss das dann auch mitnehmen, ich kann mich da gar nicht gegen wehren. Ich muss dann richtig krass reinbuttern und geh da voll drin auf. Aber ich mach mir dann auch, wenn ich so eine Phase habe, immer so ein bisschen Druck jetzt auch dran zu bleiben. Und wenn ich das dann übertreibe, dann ist immer danach ein bisschen, bin ich dann richtig down. Und deswegen hab ich jetzt zum Beispiel auch gesagt so, also das ist auch so ein Grund mit, wegen, dass ich gesagt habe, so Rust ist eine richtig geile Woche. Und ich hab richtig Gas gegeben. Aber jetzt muss ich einmal kurz einen ruhigen schieben. So. Weil sonst, ähm, sonst ist der, sonst droppt man danach so krass runter nach so einem Hype. Ja, ja, ja. Bei dir ist es mehr so wellenartig. Bei mir ist es halt so, mehr so eine, gerade mehr würde ich sagen. Ich versuche aber die Wellen so ein bisschen auch immer so, ne, dass die nicht so, genau. Gegenzuarbeiten. Auszuglätten, ja. Verstehe ich auch, glaube ich, eine gute Strategie. Ähm, dann. Aber so dieses, dieses, also dieses, ähm, dass es so gut läuft und deswegen Hype zu sein, ähm, das hab ich manchmal nach einem Stream, wo ich dann sage, oder wo ich nachher, wo ich gar nicht drüber nachdenke während des Streams, aber so nachher raufgucke, alter, das war ein richtig krasser Stream, hätte ich eigentlich gar nicht erwartet, aber ich hab einfach gemacht so, was ich, ähm, was ich wollte. Aber dann ist das Problem, wenn man einmal so denkt, dann denke ich, okay, am nächsten Tag mach ich jetzt wieder nochmal so einen geilen Stream. Und dann achte ich viel mehr darauf, was ich jetzt mache und wie ich bin. Und, äh, bin dann, und dann kommt man schnell in diesen Modus, wo man so denkt, oh, jetzt muss ich nochmal nachlegen, jetzt muss ich nochmal nachlegen. Ja. Und das ist dann, das, das, dann kommt man schnell in so einen Tunnel, ähm, wo man nicht happy wird. Also eigentlich, also das, äh, das Mindset, wo dann man eigentlich arbeiten muss als Streamer oder so als, als, als jemand, der auch Unterhaltung bietet, also so ein bisschen Entertainer auch, ist eigentlich, dass man, ähm, dass man das, was man gemacht hat, eigentlich schnell wieder vergessen muss. Und, äh, also bei mir geht das persönlich so. Und eigentlich direkt wieder, ähm, so ein bisschen versuchen muss, mit freiem Kopf in die neue Sache reinzugehen. Ich hatte die Frage gar nicht so sehr darauf bezogen, wie die einzelnen Streams sind oder wie der Content ist, sondern allgemein, wie Bonjoa sich entwickelt, weißt du. Und da, äh, habe ich immer dieses, aber so die einzelnen Streams, da geht es mir genauso. Ich gehe aus dem Stream raus und denke so, fuck, war das jetzt ein geiler Tag und ich bin voll happy. Aber dann gibt es auch manchmal, zum Beispiel gestern hatten wir ja diese Internetausfälle und das ist für mich persönlich das Schlimmste oder sagen wir stressigste, was an einem Stream passieren kann, wenn man halt in den Stream reingeht und man denkt so, geil Mann, heute ein geiler Stream-Tag und dann gibt es so, äh, Technikprobleme, wo man nichts gegen kann, da kann keiner was für. Richtig scheiße. Aber das zieht dann einen krass runter und dann muss man sich da ein bisschen durchbeißen. Wir hatten, weißt du noch, wir hatten mal eine Zeit lang hatten wir immer mal wieder so Technikprobleme, wo der Stream nicht ging, der Ton nicht ging. Wir hatten mal Probleme mit der Leitung. Genau, mit der Leitung und sowas, dann mussten wir bei der Telekom anrufen und das waren die krassesten Downer, was den Stream so angeht. Ja, boah, hab ich das gehasst. Ja, da ist eigentlich der Tag schon gelaufen so in der Richtung. Ja, da kommt man dann auch nicht mehr raus. Genau, du kommst vom Mindset da richtig schwer wieder raus dann, ja. Ja, gute Frage. Ist morgen auf jeden Fall Among Us? Ja, definitiv. Die Leute sind schon alle eingepackt. Definitiv wird es morgen Among Us geben. Könnt ihr den Emote PP-Steer hinzufügen? Ich kenne ihn nicht. PP-Steer. Ja, das ist mit dem Lenken, den habe ich gesehen. Können wir machen. Der ist ziemlich geil. Also PP-Steer ist von mir auch ein Favorit auf jeden Fall. Schlag gerne Emotes vor, wenn wir die geil finden, holen wir die direkt mit rein. Ich finde da richtig viele richtig gut. Guck mal hier. Der ist das. Können wir einmal auf den Rechner? Ja, der ist der. War der nicht auf meinen Rechner? Nein, nicht auf meinen Rechner! Oh Gott. Was war da? Ich weiß nicht. Ich habe nur Frauen gesehen, da unten. Oh ja, what the fuck? Alter, warum sind da auch immer Frauen? Warum sind denn in dieser Suche so Frauen drin? Warte mal, ich versuche mal nur den ... Mach mal Rechtsklick und dann in einem neuen Tab öffnen. Der ist gut, oder? Der ist richtig gut. So, jetzt können wir einmal rauf. Jetzt können wir drauf. So, das hier ist PP-Steer. Lass den direkt reinnehmen. Wenn man ihn direkt reinnimmt. Ja, der ist 10 von 10. Der ist richtig, richtig gut. Der ist absolut geil. Scheiße Mermaid ist da. Shit. Ja. Warte, ich gucke mal. Genau. So, ja. Könnt ihr bitte das Emote PPGA Aim und PP Meltdown bei euch auf den Kanal freischalten, dass man das sieht? Ihr habt ja auch People Run und so freigeschaltet. Also ja, also erst mal prinzipiell sind wir für andere Emotes offen. Die PPGA Emotes sind aber oft negativ konnotiert. Also PPGA ist ja eigentlich ein Umgangswort für Idiot oder sowas, dass man bescheuert ist. Und ich weiß nicht, ob wir solche Memes, also nicht Memes, sondern solche Emotes bei uns haben wollen. Auch wenn die geil aussehen, das Wort PPGA ist halt blöd da drin. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen gucken. Also rechnen wir mal eher nicht, dass PPGas bei uns reinkommen. Aber PP Meltdown oder so geht auf jeden Fall klar. Ja. Äh, gut. Dann wird Niklas gegebenenfalls ab dem Wipe wieder Rust spielen. Ich weiß es nur nicht. Vielleicht, wenn dann, in einer kompletten neuen Rolle. Ja. Man weiß ja auch gar nicht wieder... Wobei, was heißt Rolle? Ich würde halt gerne einmal das Spiel richtig kennenlernen. So weißt du, alles selbst bauen und so. Ey, das ist bei mir genauso. Ich bin ja in diese Super-Truppe reingekommen und dann hieß es immer nur, ja, wir brauchen das und das und dann habe ich das gefarmt, habe es denen gegeben und die haben alles gemacht damit. Ja, Dito. Und ich hätte es eigentlich lieber so, dass ich mit einem Stein starte und mir meine eigene Base von Grund auf... Und wir nicht ein kleines Dorf machen einfach? So ein Pleppdorf. Ja. Aber das Ding ist, wir können nicht zusammenspielen. Aber das wäre lustig. Wäre schon witzig. Wäre lustig mit dir so eine kleine... So eine Hippie-Kommune. Ich baue Kartoffeln an. Ja, das wäre richtig lustig. Das wäre schon geil. Und deswegen, ich habe auch gesagt, wenn ich... Aber das können wir nicht machen, oder? Wenn ich nach dem Rustwipe anfange, dann auch wenn ich in einem Team spiele, würde ich trotzdem gerne meine eigene Hütte selber aufbauen, weißt du? Weil sonst bauen die Pros dann wieder so ihre Super-Basen und man rafft... Also ich raffe da nichts. Das wäre schon lustig. So ein richtiges Pleppdorf, wo wir stolz sind, eben eine Mauer zu bauen. Ja. Wo dann wir so einen Monat brauchen, bis sie fertig ist. Da hätte ich voll Bock drauf. Wann geht Pokémon-Feuer-Rot weiter? Mit Turi können wir das machen. So mit Turi ein Dorf. Jetzt planen wir nicht zu viel. Jetzt bin ich direkt wieder hyped, ey. Weil sonst machst du dir jetzt wieder voll die Gedanken. Oh, Kacke. Jetzt bin ich schon wieder direkt auf dem Rust-Train. Ja, ja. Also nochmal. Wann geht Pokémon-Feuer-Rot weiter? Das lief, glaube ich, mit Maurice, oder? Also Maurice hat jetzt gesagt, er macht jetzt erstmal keine Streams mehr. Das heißt, auf unbestimmte Zeit verschoben. Also bei Maurice ist es ja so, Maurice hat ja ganz viele andere Aufgaben bei Bonnetware. Und Streaming ist nicht sein Hauptjob. Es ist eigentlich eher so ein Ausgleich, den er machen kann, wenn er Lust hat. Aber es ist nicht der Fokus für Maurice. Und Maurice hat gerade eben sehr viel anderes zu tun. Genau. Und das sind die Aufgaben, die gemacht werden müssen, damit das hier alles vorangeht. Und wir auch so unsere ganzen Deals und so zum Beispiel, dass die alle umgesetzt werden. Und da ist Maurice gerade sehr, sehr viel am Ackern im Hintergrund. Genau. Und wir wollen, also die Streams, die Maurice macht, die sollen eigentlich nur da sein, wenn er Bock drauf hat. Und die sollen ihn nicht zusätzlich stressen. Das heißt, wir haben kein Interesse daran, dass wir Maurice durch die Bonus-Streams verbrennen, weil das wäre ja dumm für alle. Das heißt, wenn er wieder Bock hat auf Streamen, macht das einfach und wenn nicht, dann nicht. Also richtig locker geregelt ist das hier. Gleiche geht für Jens und Andi, ne? Genau. Also wenn Jens, Andi und Maurice streamen, dann ist das, weil die gerade einen freien Kopf haben und Bock haben und ein Slot gerade passt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also es ist aber nicht so bei uns geplant, dass die fest streamen müssen, sozusagen. Ja. Dann wird hier gefragt, wer ist Laura? Laura, die macht unsere Studiokulisse vom ersten Entwurf bis jetzt zur Umsetzung. Und die haben wir quasi engagiert. Das ist eine externe. Ja. Dann hat Harmo Urlaub. Ja. Ja. Der kommt aber bald wieder. Mhm. Der hat den ganzen Januar Urlaub. Macht Andi ein paar Wochen Pause? Ne, ganz im Gegenteil. Andi schneidet und arbeitet so viel wie, obwohl das kann ich gar nicht beurteilen. Er macht aber die ganze Zeit was? Er macht die ganze Zeit die Videozusammenschnitte, die ihr auf YouTube seht. Er macht die Zusammenschnitte, die wir immer im Briefing sehen und arbeitet im Hintergrund an allen anderen Sachen, wie zum Beispiel für die Yellow Show oder alles andere, was so anfällt, was in seinen Aufgabenbereich fällt. Also er hat auf keinen Fall Pause. Habt ihr darüber nachgedacht, die Studiowende grün zu streichen und rauszukiehen? Das war mal ganz am Anfang eine Überlegung. Echt? Ja. Ob wir die Eingangswand, wenn man reinkommt, grün streichen für Greenscreen-Aufnahmen. Echt? Aber hat sich schnell verworfen. Echt? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Du warst aber mit drin. Haben wir mal kurz drüber überlegt. Das ist schon lange her. Ja, das ist schon sehr lange her. Das war ganz am Anfang eine Überlegung. Aber nee, haben wir nicht. Und das wäre auch blöd, weil ich persönlich finde Greenscreen nicht super schön. Also es hat natürlich Anwendungsbeispiele, wenn man halt damit was machen will. Aber 90 Prozent der Zeit habe ich lieber einen schönen Hintergrund, so wie diesen hier, so wie diesen hier gerade, als einen rausgekriegen. Der wird ja noch schön gemacht. Der ist gerade im Aufbau. Ja, der ist gerade im Aufbau. Als einen Greenscreen. Aber da hat jeder seine eigenen Präferenzen. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass Greenscreens scheiße sind oder so. Meistens sieht man die auch gar nicht, gell? So, Among Us morgen auch mit Jan. Nee, Jan habe ich morgen nicht angefragt, da die Gruppe schon jetzt gefüllt ist. Das Problem ist, ich habe so eine Liste mit festen Among Us Streamern, die eigentlich immer so mitmachen. Aber die Liste ist über 20 Leute groß. Das heißt, die Hälfte der Leute kann nicht immer mitspielen. Zum Beispiel letzte Woche war Trill nicht dabei, dafür ist er diese Woche dabei. Letzte Woche war Jan dabei, dafür ist er diese Woche nicht dabei. Und so weiter. Das heißt, ich muss immer so durchswitchen und so ein bisschen jonglieren, damit niemand böse ist. Aber er spricht nicht dagegen, dass er in einer zukünftigen Folge wieder dabei ist. Wie siehst du eure Chancen heute Abend in Valorant gegen die Mädels? Wenn ich auf mich schaue, sehr schlecht. Wenn ich auf DALU schaue, sehr gut. Dadurch ergibt sich ein Mix. Ich denke, es wird ausgeglichen sein. Hoffe ich zumindest, damit es spannend wird. Gibt es Überlegungen zu einem Dark Mode für eure Website? Boah, da müssten wir Hamu fragen. Weil der entwickelt die. Gibt sicherlich Überlegungen, aber ich bin mir sicher, dass es nicht oben auf der To-Do steht. Genau, hat keine hohe Priorität. Unterhosenfrage skippe ich. Niklas, spielst du mal wieder WoW on Stream? Ich weiß nicht. Ich überlege mal kurz. Und dann überlege ich wieder, das ist so nischig. Ein paar Leute haben dann Spaß und die anderen checken gar nichts. Dann lasse ich es doch lieber. Also wenn, dann halt WoW Arena so ein bisschen. Aber eigentlich kommt das nicht infrage, Chat. Höchstens, wenn ich irgendwann mal gar nicht weiß, was ich... Ich weiß auch nicht. Vielleicht mal einen Koch-Stream die Woche. Von mir aus nicht geplant. Ach ja, ich will eigentlich einen Koch-Stream mal wieder machen. Ja. Ja, kannst du jederzeit. Ich weiß noch nicht wann. Ja. Wann nennt ihr euch Buben-Juar, wenn Niklas 50 wird? 50? Ja, oder willst du schon 40? Das ist schon bald, ne? Und man, ich werde echt bald 40. Wie awkward es sein wird, wenn ich 40 bin. Alter, das ist awkward. 40. Mega awkward, oder? 40 ist so ne Zahl. Dann geht's richtig bergab. Ja. Also dann geht's hart bergab. Überleg mal auf 40, Alter. Stell dir mal vor, ihr guckt einem 40-Jährigen zu. 30 ist noch so lustig, sich darüber lustig zu machen. Aber 40 ist dann halt wirklich... Das wird gründ. Irgendwann dann ist halt wirklich alt. Das wird gründ. Wie alt ist Gronkh? 40, oder? Ist er 40 schon? Nix gegen 40er? Ich sag dir's gegen 40er. Ich bin ja selber einer. 40 ist eh peinlich. Irgendwann sind wir alle 40, irgendwann sind wir alle 50. Nee, warte mal. Irgendwann sind wir alle... Hä? Richtig alt. Ist Eddie nicht schon 40 und so? Eddie ist 40? Oh Gott, ich krieg gleich... Ich krieg ein bisschen Herzrasen gerade, wenn ich darüber nachdenke. Nee, nee, der ist nicht 40, oder? Gronkh ist 43. Gronkh ist 43. Alter. Holy Shit. Alter Vater, ey. Eddie ist 78er Jahrgang. Wie alt ist Eddie denn dann? Lass mich rechnen. Eddie ist 42. 40. Ich realisiere das gar nicht, weil die alle mit uns altern, weißt du? Für mich sind die... Aber die sind ja... Ja gut, dann sind wir doch fein raus. Für mich sind das so die jungen dynamischen Moderatoren von Giga TV. Ja, ja. Die meisten, mit denen wir streamen, sind schon 40. Also von daher ist kein Problem. Wer ist Dalu? Dalu ist, glaube ich, nicht so alt. Der ist, glaube ich... Der ist noch nicht mal 30. Aber weil er so weise ist, wirkt er schon älter. Wann gibt es mal wieder Vorlese-Content mit Niklas? Hä? Ich glaube, so diese Kurzgeschichten... Ach so, ne. Das machen wir nicht nochmal. Okay. Äh, Matteo, machst du mal eine Liegestütz-Challenge gegen Giva? Äh, ne. Meine Liegestützt-Tage im Stream sind vorbei. Äh, was haltet ihr von einer Monkey-Tail-Bart? Hm, was? Liegestützt-Tage im Stream sind vorbei? Ja, ich mache keine Liegestütz-Challenges mehr im Stream. Hm. Oder? Challenge accepted. Nee, will ich nicht. Äh, Monkey-Tail-Bart, ja, sieht scheiße aus. Äh, bekommen wir ein Emote für Peek von Bonjoa? Ähm, nein, weil das würde ja nie wieder benutzt werden nach dieser Woche. Ich sehe älter aus als Matteo. Ich sehe sehr jung aus für mein Alter. Ja, sehe ich älter... Man sieht gerade älter aus, hm? Ja? Das hält sich so älter aus. Ja? Ja, mit deinem Schnurrbart. Ja, Schnurrbart jetzt. Das sieht aus wie ein Fisherman. Fisherman. Also, wenn man mich nicht kennen würde... Was ist dein Geheimnis? Ähm, kein Alkohol, viel Schlafen. Ja. Ähm, regelmäßige, ähm, äh, Prostata-Vorsorge. Und, ähm, ähm, äh, äh, kein... Wollte gerade sagen, kein Kaffee, aber ich trinke eigentlich Alkohol. Äh, ich trinke ja Kaffeein. Ich trinke ja Kaffeein seit längerer Zeit. Ich trinke Alkohol. Also, ich guck dich auch. Ja, ich spritze eigentlich Heroin, aber... Jetzt habt ihr die Fragen kaputt gemacht! Die Fragen sind gone, Chat. Die Fragen sind gone. So, das war's dann offiziell mit dem Briefing. Wir entlassen Niklas jetzt in seinen Sport. So, ich mach jetzt Sport-Chat. War schön mit euch. Ich bin morgen nicht da. Ja. Aber vielleicht doch. Aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Vielleicht aber nicht. Ich werde jetzt Sport machen. Bei null Grad. Es wird brrrr, kalt. Oh. Brrrr. Morgens stream ich dann nicht. Morgen muss ich Bürokram machen. Ja? Mhm. Hier, so Zeug. Was machen Geschäftsführer für Sachen? Ähm, 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 Tabellen. Tabellen. Genau. Zahlen. Zack, zack. Ihr wisst schon. Gut, das war's. Ciao und bis gleich. Geht gleich hier weiter. Dann erkläre ich euch, wie gut was.